hallo leute ich heiße euch herzlich willkommen ich bin enel und das ist mein special es ist aber nicht nur ein 100 abonnenten special sondern auch ein 2000 video special und ein 10.000 views special also einen herzlichen dank an euch alle vielen vielen dank ich danke euch vielmals ihr seid die besten ganz besonders du aber was wäre ein special ohne irgendetwas spezielles ganz genau rein gar nichts also gibt es ein kleines wettbewerb im trommelwirbel bitte zeichnen und so geht's ihr packte ein oder mehrere charaktere aus meinen let's plays und zeichnet sie passend zum thema weihnachten neujahr und das ganze schickt ihr dann an e mail adresse enel punkt wettbewerb gmx.de ein sendeschluss ist der 15 januar 2017 zu gewinnen gibt es für den ersten platz 100 euro für den zweiten platz 50 euro und für den dritten 20 euro das geld kriegt ihr in form von gutschein wie zum beispiel von mmoga oder amazon oder itunes paysafe oder was auch immer oder ihr könnt es auch über paypal überwiesen kriegen oder ich kann wenn ihr es wollte in eurem namen in einer spendeorganisation oder so etwas den preis spenden egal wie ihr euch entscheidet ich wünsche euch allen viel viel spaß und eine ordentliche portion glück in in diesem sinne hoffe ich dass wir uns wiedersehen euer enel